um im rei mit dem motorrad frage ist was ist das Okay, go. Was hast du gemacht? Startverprint oder was? Nö, das ist ziemlich langsam. Hast du eine Motocross-Maschine oder das falsche Motorrad wahrscheinlich ausgewählt? Der Roller. Oh, Verwandlungsregister. Ja, ist klar. Alle fahren sie durch, ich lande auf dem Dach. Tschüss Leute. Ach, das ist das. Oh, nee. Oh, nee. Der ist oben, du hättest einen Fallschirm aufmachen müssen. Ja, aufpassen. Nicht immer nur, einfach nur blind um ihn gucken. Aufpassen. Ja, das heißt, das war's, Leute. Die Pferdzeugkendi Technik ist weg. ich sehe es wenn hat auch gleich verstanden wie das funktioniert hat eben wie die zuzieht komplett ein kontroller ball so Welchen Kontrollpunkt seid ihr? Heid, Heid weg. Wir sind beim Kanal. 28 jetzt. Wie viel? 28 habe ich jetzt. Die Handel sind vorne weg. Also Sven und Markus werden nicht mehr zu kriegen sein. Die haben über eine Minute Vorsprung. 2. Ja, alles gut. Jetzt müssen wir unser Ding teilen. Das ist unsere Tastung der Hänge. Oh, Fahrrad. Lkw, Gott. Was hast du denn jetzt gemacht? Du bist weg. Das ist los. Das wird auch eine ganze Weile jetzt dauern. Wir werden auch hier nicht mehr kriegen. Ihr habt über die Seite eine Minute Vorsprung. Was geht hier für Baby und Mischung maximal auf Platz 2? 3. 3, ja. Weil Baby gerade den Witzenspeed hat. Ich weiß nicht, wo die den herrn. Das geht auf das Fahrrad. Also Fahrrad fahren kriege ich immer Daumenkrempel. Aber hier ist es wirklich wichtig für Ausdauer hat, ne? Ja. Das war... Das war... Das war... Das habe ich ja noch verpasst. Wie geht denn meine Ausdauer runter? Meine Ausdauer geht gar nicht runter. Nee, weil du ja eigentlich Topf Ausdauer hast. Naja, mit Satz 3. Mein. Baby, 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 Baby. Ich schaff das noch. Ich sag, da ist ein viel langer Kanal, ne? Los! Ich habe Glück gehabt, dass der LKW dich noch getroffen hat. Es ist ziemlich langer Anal, ja. Da kam irgendwo entlang mir ein Picker LKW mitgegeben. Nein! Schade, Jascha. Scheiß, aber ey... Kurz vorm Ziel, Alter. Ich musste auch meinen Kontrollen laden. Ich glaube, es gibt dann auch die Nullpunkte, bei der er, glaube ich, nicht beendet hat. Äh. Ich schlug drauf. Ja, Markus, du hast gewonnen, wir wissen es, da waren Autos dabei, das war deins, ja. Weil Autos kannst du auch wirklich die Tausend auf Markus setzen. Aber wir hatten alle unterschiedliche Fahrzeuge und Motorräder, ne? Mh, bis auf Kev und Jascha. Wir hatten die Akuma, beide. Akuma Matata. Wir hatten vielleicht Zweiter zumindest wieder an der Tabelle, am Ende. So, die kriegen wir noch zu Ende, die Playlist. Wir haben jetzt noch zwei Dinger. Das kriegen wir noch hin. ? Was war's? F&B. Vielleicht fahren wir noch an.